Als Begleiter des Rhein-Veisen Unternehmer-Center bin ich zuständig für das Hotel- und Gastro-Projekt, das wir neu lanciert haben. Der RUZ-Betriebscheck für Gastronomie und Hotellerie besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist die operative Kostenkontrolle, die wir die ganzen Kosten auseinandernehmen im Betrieb in drei Tage, wo wir alles analysieren mit unseren Tools, die wir entwickelt haben, mit einem Cockpit, wo der Kunde mit rund 30 Kennzahlen Ende Monat immer weiss, wo er steht. Der zweite Teil ist die strategische Neupositionierung des Betriebs in drei Schritten. Das heisst die Analyse des Betriebs, die Neupositionierung und nachher auch die Umsetzungsbegleitung. Danke Edgar, ich gehe gerne weiter auf den Betriebscheck ein. Hi, mein Name ist Thomas Pöppli, ich bin Begleiter im RUZ im T-Mit-Infinanzierung. Der RUZ-Betriebscheck zeigt in Ihrem Unternehmen die Herausforderung in den einzelnen Bereichen. Rentabilität, Kostenkontrolle, Umsatzpotenzial. Gemeinsam richten wir Ihre Strategie zukunftsorientiert aus und behalten diese durch unsere monatlichen Analysen im Fokus. Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit, Ihren Betrieb fit zu machen für den Wiedereinstieg. Überprüfen Sie, ob Ihre Positionierung und Ausrichtung nach der Pandemie noch immer zu eingeführend ist.